ja hallo leute heute wieder mal mit mir du dir bei peru oder paria ich bin mir gar nicht mehr so sicher ja wie das jetzt hieß da war dieser grabstein friedhof genau friedhof wo alles war der mutgatter den ich ausgelassen hatte weil ich genügend hatte aber bist du wie ein schulz ach weil die hier eigentlich alles bauen stimmt ich hab ja ich hatte keine weiteren arbeit oder deswegen ganz schnell ausgelassen show limits ist eigentlich nix ist das sehr cool peria mit dem manieren peria ist sommer temperatur bestimmt ich will sie aus sondern das andere 27 bewohner mal frühling 6000 food ungefähr ist das ja start medicaid also ja medizin mäßig sachen ja also können wir noch drin sein es geht ja werkzeuge 21 eisen ansiedsachen steine und lachs und feuerlz und sommer hier alkohol also ja für die happiness theoretisch das ist immer dafür borschau aber apfel oder irgendwas in art ich habe hier nur getoffeln und korn damit kann ich nicht viel machen ach so wir müssen ja auch wieder mal zwei ja sonst etwas langweilig wenn ich hier nichts passiert regnet cool anzeige school peru peria nicht peru das erzählte ich von quark ich freue mich schon mal ein bau das ist ja mal extrem verrückt hier ist ein haus da ist ein eisen tun die dahin 8 von 10 hier ist eigentlich alles da außer holz hier ist auch eigentlich alles außer steiner feuerlz warum haben wir denn so vielen steiner kann nicht sein dass ich alles verbraten habe schon die ganzen steine ach bei der mine hier 6 steiner und hier 68 steine krass so muss ich ja irgendwie mal kümmern um mehr stein abzubauen das ist gerade das dringendste was wir hier brauchen das habe ich schon eigentlich alles zum abbauen voll ne das hier das ist auch vielleicht was haben wir hier damit das kind stein ja mal bitte stein hm strange tja wo bin hier an rehe im wasser sachen gibt es die gibt es gar nicht hm fisch haben wir haben eigentlich relativ viel futter ne ja ansonsten an sie sagen leder 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 deswegen hat er nichts zu tun der hat ja nichts zu tun weil er keine keine holz hat holz bräuch ach du scheiße und 130 steine ach du grüne ne krass ein labor ist auf einmal frei äh hallo geht weg ähm so stimme hat er hoffen wir dass er sich aufgenommen hat labor ist einmal frei geworden ein farmer ist einfach weg hä warum hallo die farmen verstehe ich nicht ich weiß nicht ob das spiel spinnt das ist dann manchmal irgendwie zugesetzt wird oder so aber es kann ja nicht so sein na also na ich mache es noch mehr dazu guck mal hier wie viel eisen und steine die die abgebaut haben ne mega krass richtig mega krass tja guck mal was die hier für fast 50 sehnt voll 60 46 53 hm ist ja eigentlich mal ein bisschen was dauert noch ein stück bis das abgeahntet wird hilf farmer hm haben wir eigentlich so viele häuser mehr nicht ne ich brauche vor allem die bis hier steine wie die ganzen steine oder so grüne neunos habe ich mir gedacht und wie bis hier holz ich könnte jetzt mal machen dass dieser nur ähm abholzen soll der typ der soll auch nur abholzen ich brauche mal wieder ein vorauss äh dings der typ dazu ne hunter ich könnte einander weniger machen und einen forster dazu tun weil ich relativ viele einzelne sachen habe bin ich der meinung hier 56 äh 46 Stück hallo da kann da reicht das aus gut hier markt oh covid alles abbauen der ist süßen ah ne äh 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 krass 48 du bist 44 und du achten 60 lecker ok krass hä echt hammer krass von 17 abge erst 80 Stück sowieso die denn alles abtransmitte werden alles das ganze zeug ich hoffe mal dass die felder bald abgeleitet werden hier 86 87 prozent auch mal sieht mehr kommen die ziel ja schon aber eigentlich obwohl geht geht ist besser als dieser humberlin haben aber die arme ist natürlich klingt gefährlich hier nur wotel und du also soll diese arme kamila cross wer bist du denn hier weil es kenne ich noch nur und du amala interessant guck mal doch mal was für kinder wie dort stein darum ging schon das können eigentlich ruhig reichen was mir alles abbauen und dort ab oben links ja hier alles abbauen da bissl was das reicht denke ich mal schon hoffe ich mal weil hier sind ja auch viele steine hier ach hier ja auch hier das ganze ding hier also wie gesagt ein wir haben sechs jahre altes kind hier haben auch wieder sechs jahre da auch wieder sechs jahre also drei kinder die gleichzeitig sehen werden ist ja krass krass richtig krass sieben okay wir sind noch schon immer sieben ja eine also vier leute theoretisch vier kinder und hier zwei die arme interessant dies ist echt interessant wir haben ja in bald der zeit viele arbeiter 454 vier oder fünf arbeiter dazu krieg mal also jammer drei ja hammer ein achte schon jetzt haben wir schon mit gezählt sechs genau also vier stück hoffen wir doch mal dass das alles gut abläuft der typ der 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 hackt eigentlich die zwei müssen eigentlich nur alles abkappen und so weiter und so fort ja 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 na